Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914. Wir sind hier in Burma. Ja, wir haben ja hier oben den Angriff auf Dali abgewehrt, haben hier auch nochmal einen Großteil seiner Armee vernichtet. Das waren ja auch nochmal knappe 50 Einheiten. Wir haben jetzt natürlich keine Unmengen mehr, das ist klar. Ja, aber wir haben eventuell nochmal die Chance, hier unten in Kummingen ihn nochmal ein bisschen zu ärgern. Ja, wie gesagt, so langsam dürften ihm auch die Einheiten ausgehen und von daher habe ich die große Hoffnung, dass wir hier oben in Pansiwa, wie heißt das Ding, Pansiwa, ja, vielleicht auch nochmal demnächst reinkommen. Aber da müssen wir erstmal gucken, wie wir hier noch Einheiten zusammenkriegen. Und manchmal ist das Glück ja auch mit den dummen Siam und französisch Indochina sind jetzt heute Nacht inaktiv geworden. Also aus der Richtung ist dann momentan auch noch ein wenig hohe. Nordchina ist ja schon inaktiv. Hier hinten die Zentralchinesische Republik, die ist wieder gekommen. Der ist wieder da, der ist wieder aktiv. Naja, müssen wir halt mal schauen. Wir können jetzt ja hier auch nicht Unmengen erobern, müssen ja auch ein bisschen Truppen nachregelieren. Hoffentlich klappt da noch irgendwas. Jetzt hier noch eine Kaserne bauen, das können wir uns eh nicht leisten. Sind ja eh schon vom Getreide-Nachschub im Minus. Zwei Kasernen haben wir. Wir haben überall unsere Wehrämter. Das muss im Moment recht reichen. Mehr geht nicht. Naja, warten wir es erstmal ab. So, was passiert sonst noch in der Welt? Also die Philippinen, die spüren hier unten noch ein bisschen Krieg. Die haben jetzt zumindest den ihnen nahegelegenen Teil Malaysias erobert. Dann spielt hier oben noch Japan mit Korea. Geht da aber auch sehr langsam und sehr ruhig vorwärts. Ja, die Mongolei ist inaktiv. Tibet hat ja hier hinten einige Provinzen verloren. Wie gesagt, mir ist immer noch nicht ganz klar, warum Indien hier nicht weitermarschiert, sondern hier aufgehört hat. Da habe ich keinen Klassenschimmer. Müssen wir erstmal abwarten. Schauen wir mal weiter. So, wir haben noch einen Blick in die Zeitung. Alles nur ein bisschen gebaue. Hier ist Japan gegen Korea. 64 Einheiten hat er verloren. Ganz schön heftig eigentlich. Für das kleine Stückchen. Dann wir hier Burma gegen Südchina. 69 zu 98. sind dann mit 29 Einheiten im Plus. Also haben 29 weniger verloren. Dürfte uns etwas bringen. Startstreich in Seam. Startstreich in Nordchina. Und Startstreich in französische Indochina. Die Mongolei ist dann auch weg. Ansonsten ist halt nicht viel passiert. Muss man ja ganz offen, ganz ehrlich so sagen. Reichs Nationen, ja wir gehören da momentan nicht zu. Wir mussten ja durch den schönen Krieg viel sinnlos einkaufen und so weiter und so fort. Können uns momentan aber immer noch auf dem vierten Platz halten. Dann müssen wir halt schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Momentan ist ja die Philippinen für uns noch recht gefährlich. Und hier drüben Zentralchina. Naja, müssen halt Truppen regenerieren. Truppen, Truppen, Truppen. So, dann lassen wir jetzt erstmal ein paar Stündchen vergehen. Und dann sehen wir uns wieder. So, ein paar Stündchen sind vergangen. Mal kurz einen Blick werfen, was Schönes passiert ist. Also dadurch, dass hier unten einige inaktiv sind, ist da natürlich nicht viel los. Die Philippinen haben ja heute Morgen schon Malaysia erobert gehabt. Wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen erholen, um dann irgendwo eventuell rüberzuspringen, weiterzumachen. Ich meine, das sind ein paar Meter Weg. Das wurde ein bisschen Dauer an. Indien führt seinen Krieg weiter gegen Tibet. Da ist wieder Action angesagt. Und Britisch-Indien ist auch dabei, Krieg zu führen und hier in Tibet einzumarschieren. Was für ihn auch sehr gut aussehen wird. Es ist bloß nur eine Einheit. Also hier unten ist schon Kathmandu, was ich denke mal heute Nacht noch fallen wird. Und dann haben wir hier hinten noch Lhasa. Der braucht noch knappe vier Stunden. Bis zur nächsten Aufnahme, denke ich, wird er das auch erobert haben. Damit wäre Tibet dann auch schon sehr weit runter und ziemlich geschwächt. Wir schlagen uns ja noch halbwegs wacker hier gegen Südchina. Aus Südchina kommt momentan keine Reaktion. Wäre also zu vermuten, dass das eventuell jetzt doch aufgegeben hat. Wäre natürlich sehr schön. Dann können wir uns zumindest ein bisschen erholen und hier langsam und peu a peu vorwärts schreiten. Dann bleibt aber abzuwarten. Wir müssen hier gucken, dass hier keiner wieder aktiv wird und so. Und wir haben ja sehr, sehr viele Einheiten in dem Krieg verloren. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir nachregenerieren können. Und dass wir uns halbwegs versorgen können. Dass wir unsere beiden Kasernen aktiv halten können. Dass wir dann wenigstens noch früher oder später noch wieder ein paar Leute zusammen haben, um uns dann hier in das große Geschehen noch wieder mit einzumischen. Müssen wir gucken, die Zeitung. Ja, da kommt auch nichts Neues bei raus. Halt, ein bisschen herstellen. Krieg zwischen Britisch-Indien und Tibet. Tibet und Indien. Aber 17.000 ist jetzt nicht gerade unwenig, was Indien da verloren hat. Und dann hier ist natürlich unser Kampf gegen Südchina. Südchina. Ja, aber das sagte ich ja heute Morgen schon. Das ist ja... Naja. Bleibt abzuwarten. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen regenerieren. Und sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Bis dahin. Tschüss und bye bye.